Mein Bauchgefühl sagt, es wird Julian Nagelsmann. Was sagt dein Herz? Mein Herz, mein Wunsch, oder beziehungsweise das, was ich denke, ist am besten für die Mannschaft, ist Louis van Gaal. Warum? Weil Louis van Gaal A hat schon große Schlachten gewonnen. Wir erinnern uns an die WM in Katar, wie weit er die Holländer da gebracht hat, gegen Argentinien und auf Medischem ausgeschaltet hat. Und B, glaube ich, dass die Mannschaft auch jemand braucht, eine Persönlichkeit, die große Schultern hat, wo sich die Mannschaft dahinter ihre Kräfte wiederholen kann. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Wäre der erste ausländische Bundestrainer. Ja, und wenn du mal nicht so gut spielst, dann läufst du da nicht einfach nur so vorbei. Der sagt ja auch dann ein paar Worte. Okay, das ist auch wichtig. Ein paar Worte sagt uns hoffentlich der Präsident. Guten Abend, Herr Neuendorf.